moin leute und willkommen zurück zu warframe so wir sind immer noch auf der suche nach den hydraulus und das ist der hydraulus aber mal kurz im wiki nachgelesen wir sind ja angeblich alle sentinem töten das heißt entweder gibt es hier noch welche oder das ist hier leicht verbuggt wir dürften eigentlich nicht drin sein können sich ja weil wir das wissen auch als kisten und sonst was haben so angeblich können wir es erst nutzen wenn die sentinem sind durch dieses tür schließen haben wir die alle ausgesperrt so von hier sind vorgekommen wir hatten wir 22 umgeklatscht die standard schränke sind das bestimmt ja nicht war schon gelötet ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass jetzt hier einer als schrank getarnt ist angeblich muss es ja hier noch irgendwo eingehen angeblich jetzt so rumlaufen wurde hätten wir den ja als gegner auf der minimap gesehen durch feindradar aber das haben wir nicht so hier hinten war zu schluss es ist Okay. das dahinten an denen an der seite kommen wir nicht dran jetzt einfach hier alles auf ich kann mir aber nicht vorstellen dass die hier versteckt in diesen räumen sind denn er und wie so ein ganz offensichtlicher raum alles auf unserem map einzeichnen was was ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass die hier in so einem lootraum versteckt sind das ganze ding gelootet wir haben ja die tür extra abgesperrt damit hier keiner rein darf oder keiner mehr reinkommt und jetzt sollen wir das noch säubern aber wo kein gegner da auch keine säuberung das ist ja doof da oben hatten wir glaube alles offen und so hier haben wir noch alles aufhören das ist ja hier noch und wo eingeben hier dürfte eigentlich auch keiner sein hier hatten wir alle alles kaputt gemacht was ist da hinten eigentlich für eine tür hier ist da noch und so eine komische tür da müssen wir wahrscheinlich da müssen wir dann nachher wahrscheinlich noch warum leuchtet das hier alles blau oder bedeutet das nur dass das unten ist so jetzt ist es weiß kein sentinent gefunden was ist denn das so was ist denn das so was ist denn das so noch nicht dass das hier standard schränke ist der da hinten steht neben dem das so einfach weil das kann gibt uns gesundheit immer die ganzen loot träume Okay, danke. Wo soll der sich denn hier angeblich verstecken? Hier ist auch so ne Tür. Hä? So. Hier ist nichts. Gibt es denn hier den Bug, dass das so und wieder nicht weitergeht oder so? So ein bisschen zum Gutträumen jetzt hier, ne? Geht es jetzt nur oben weiter? Jetzt haben wir die ganzen Dinger hier angekommen. Jetzt ist hier der Dinger aufgegangen, aber wozu? Pff. So lustig. Acht Argon-Kristalle. Aha. Also offiziell 4x2. So. 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 Das hier irgendwie. Erfacher Ausführungen, wir müssen ganz hinten. Was? Hier ist nochmal ein Lutron. Okay. Ist das denn? Vierfach oder was? Hm. Zumindest ist hier schon mal das Ziel. Ich bin verwirrt. So. So. Ich habe hier kein Sentinente gefunden. Ich habe die ja eingesehen. Alles weg. Weggemacht hier. Alle Kisten. Ich habe hier irgendwie einen Schrank. Ich habe hier noch einen Schrank unten. So. Ich werde hier sehen. So. 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 fliegen und von draußen wegkommen. Wir haben alles weggelootet. Alles weggelootet. Den suchen wir jetzt hier schon wieder ewig rum. Total schwachsinnig. Gut, dann hören wir hier erstmal auf. Und dann überlegen wir uns was fürs nächste Mal. Also bis dann. Spitze bedanke mich. Tschüss.